JIN RATELSEF JIN RATELSEF JIN RATELSEF JIN RATELSEF JIN RATELSEF JIN RATELSEF So Aber wir haben unseren Domobai gefunden Wahrscheinlich wie so eine Hauself oder so Ja Ja Das ist auch mal was Schönes Oh mein Der hat gerade links und rechts geschlagen Versteh ich jetzt nicht Jut So Achso Oh gut Boah Oh Gott Keine Sorge Mein Diener Schon noch nicht Das ist sehr schön Was haben wir mal noch? Ich weiß irgendwann weiter Oh 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 Keinein Das war der Pitcher So 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 Oh Kann doch nicht Mitländern Wanna das keiner erzählen dass der mich schon wieder wöde so so ah man ist denn sonst noch irgendwas wenn ich jetzt ein Stückchen weiter nach da sonst irgendwo was noch geben oder ich gehe unten weiter wenn es geht um rechts, links komme ich ja nicht weiter vielleicht komme ich jetzt da rechts weiter so muss man halt alles gucken das Geld ist auch immer gut das Geld ist auch immer gut ich würde wachsen oh ja was jetzt hier kannst du mich mal dachtest auch du wärst schlau auch nur Wasser kannst du hier einfach schwimmen lernen das kann mir schon sehr helfen also komme ich hier auch noch nicht weiter äh man ja komm jeder Scheißpilz so gut 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 Ich kann das alles nicht mehr. Aber warte mal, dann habe ich nicht mehr die Mission mit dem... Da springen wir in die Gegner ein, das ist bombastisch. Ich weiß nicht, warum wir diese Pilze one-hit. Einfach nur bombastisch. So. So hoch. Ja, er trifft mich. Er ist frei Haus. Geht mal weg, Pilz. So. Nee, da komme ich nicht weiter hoch. Ich bin echt verwirrt auf der Map. Muss ich sagen. So. So. Ich gehe nochmal zurück zu Harpie und lass mich hoch bringen. Komm schon, das ist sowohl lächerlich. So. Komm schon, das ist sowohl lächerlich. So. So. Mein Spinnumvertrauter hat gereicht. Sehr schön. Ja. Dann. Nee. Ja. Das ist immer noch ein Passat, ey. Da. Das ist sowohl. Das ist sowohl. Ich habe dich immer, was er. Ich gehe jetzt unter anderem. Aber einen? Zahrauchs Atem. Man sich verirrt. Wie ich mache? Hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Hat mich nur wieder komplett zurückgebrannt. Das hat mir jetzt nicht so geholfen. So, jetzt war ich hier wieder lang. Dank dafür. Wenn man das früher bewusst hat, dann wäre es praktisch gewesen. Aber gut. Was soll's. Man hat auch einmal gesehen. Und alles ist wieder in Rudach. Was heißt, ich nehme alles direkt rein. Nö. Ich schlack das weiter. So. Hier runter. Ich bin da drüber geschwungen. Ich bin da drüber. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Hier soll noch irgendwo was sein. Ich bin da drüber. 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 Wenn ich einen drüber habe. Jetzt gehen wir rein. Ich bin da drüber. Ich habe nicht einen Weg gefunden, in die Katze zu wendigen. Wirklich? Inwieweit? Du hast gesagt, ich solle in den Nordosten gehen. Oh, dort findest du die Toten in den Ländler. Sei vorsichtig, meine Liebe. Wer weiß, was du verschickst. Okay, in den Nordosten. War ich für dich noch irgendetwas? Oh, Merturil ist sicher. Volibor hat gerade eine neue Fähigkeit. Bleib mir, Markus. Das war zu überzeugt. Warte, jetzt ist der Maximalpegel höher. Ah, eins brauche ich noch, okay. Hallo? Geht's hier irgendwo weiter? Ah. Nö. Weißer Rücken weitergehen? Oh. Und ich fusel mir hier die ganze Zeit einab, um zu gucken, was ist. Okay, da geht's auch nicht weiter. Hm. Jetzt habe ich hier nämlich wieder mal ein bisschen Kraft. Es geht nicht links weiter, nicht rechts weiter. Da scheint es weiter zu gehen. Da komme ich aber nicht rein, weil... Ach, doch hier. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Wie wird das jetzt nochmal... Ich habe es mir aufgeschrieben gehabt. Obwohl, wir haben ja sowieso einen Zettel. Zuerst nach Osten, dann nach Westen. So, Osten, Westen. Zweimal Süden. Und zum Schluss nochmal nach Osten war's. Und das war dieser komische Ding, was mich hier... ...so einen komischen Zauber gemacht hat. Ja, und hier bin ich gestorben und wusste mir, wie ich da hinkomme. Ah. Du bist so ein komischer Blaubeer, äh... ...und so ein Fisch. Blaubeer, mhm. Aber jetzt habe ich halt mehr Leben und alles. Deswegen kann ich es vielleicht sogar schaffen. Mehr Mana, mehr Leben. Ich bin an Schattenländern kapiert. Das weiß ich doch. Oder an Dummheit, wie ich das gerade habe. Wem sind viel Schaden so viel. Hör auf. Böse. Böse, böse. Böse, böse. Ich bin froh, dass ich den einfach so angreifen kann. Ich habe ihm auch gut Geld gegeben. So. Jetzt ist die Frage noch. Ich glaube, ich bin das jetzt mal noch... ...und so. Okay, dann lasse ich es erstmal... ...so stehen. Sehr schön. Ich muss gucken, wie gut ich vorbereitet bin. Ich habe noch zwei. Das ist gar nicht mal so gut. Ich will mich einfach hinter mich. Was glaubst du, wer du bist? Okay, hier geht es weiter. Ja, in der Seite geht es auch weiter. Ich glaube, wenn das jetzt immer nach oben will. Da ist die Klasse. Da ist Bane. Warte, bleib hier. Habe ich das jetzt eigentlich ausgerüstet? Nein. So. Hör mir auf. So. Kack Schatten. Also. Bane ist. Bane ist hier oben dann irgendwie. Aber da komme ich nicht hin. Das heißt, ich gehe erst mal unten. Das ist nicht so falsch. Oh, hier ist ein Speicher auch noch. Oh, das ist bitter. Aber auf jeden Fall. Jetzt bin ich in den Tod landen. Ja. Und hier gibt es noch. Ja, Luxus. Luxus. Ich meine, ich verkommen wieder da. Aber, oh mein Gott. Speicher und. Ey, das nenne ich Luxus. Bist du ein Gegner? Bist du ein Gegner? Ja. Oh, ich dachte, wirst du vielleicht Vertrauter. Hätte er es. Ja. 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 Seien können, dass das ein Vertrauter ist. Ja. 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 Schmeiß jetzt auch das Zeug nach mir. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Wenn man so lange gehts. Runter will das gehen. Oh, ich kann dir sogar noch mehr Schaden machen. Geil du. Und... bist du ein Verdammt? Ne, du machst es einfach nur. Dann bist du Wolf. Wir hören sowohl auf. So. Ich gehe erstmal weiter. So, aber das ist... Ne, mich. So, aber das ist... Ne, mich. Das ist am Ende der Krumm und Thron. Oh, okay. So, als Schlüsselobjekt, viele weitere Details. Okay, ich muss irgendwie oben lang. Oh, hör's aber auf. Oh, warte mal. Dann komm ich so rum. Ah. Ja. Ich will irgendwie auch wissen, was im Norden ist. Äh, Quatsch. Nicht im Norden, sondern im... Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Ähm, im Süden. Ähm. Quatsch. Im Osten. Danke, jetzt habe ich es. So. Ah ne, ich bin einfach nur hier im Kreis gelaufen. Okay. Und ich hatte gerade irgendwas gehört. Und das ist deswegen nochmal aufgedreht. Aufgedreht. Okay. So. Ah man. So stimmt. Ich habe Anti-Singer, deswegen wollte ich ja nicht. Ha, ich kann den One-Hicken sehr schön. Und hier komme ich nicht rüber. Ich kann mich vergessen. Das ist irgendwas mit dem Wasser. Aber das kann ich vergessen. Hier komme ich noch nicht weiter. Soll ich das mal riskieren oder bringe ich das um? Ja, ne. Ne, 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 ne. Das wird schon sein. Ich will noch zurück hier hoch. Apfel. 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 Ap Ich weiß nicht, was ich mir verabschreue. Diese Schatten oder... Oder diese Gebieten. Aber ich glaube, die Dienen sind eindeutig schlimmer. Nein, ich komme da nicht hoch. So. Ich höre eine Katze. Schönen Dank, dass du da lang gehst, Bane. Aber ich komme da nicht hin. So, noch schleiß. Muss ich doch hier lang wieder, wo ich das letzte Mal glücklich gescheitert bin. Oh, bin ich hier lang gegangen? Nö. Das sagt mir jetzt schon gar nichts. Ach doch, das ist diese... Diese auch. Hm. Okay. So. Ich weiß auch nicht, was der Schatten so viel aushält. Du bist nur ein Schatten. Nichts Besonderes. An der Stelle. Das Leben nicht weggehen. Das ist doch nicht. So. Über mir komme ich da hin irgendwie. Oder runter geht's auch. Ich werde noch ein paar Anrufe gegen diesen Dingern. Hier ist jetzt eine tödliche Grube. Nein. Danke, dass du jetzt freiwillig in die tödlichen Grube gehst. So. Nein. Diese kleinen Schatten. Geht mich halt schon. Hört doch auf. So. Ach. Nö. Komm, schau. Es geht links weiter? Hä? Wo? Ja. Komm. Ach. Hier gibt's auch einen Speicher. So. Mädchen. Hast du dich verlaufen? Es ist gefährlich hier. Wo ist dein Zuhause? Ich bin nicht zufällig hier. Ich warte her. Ich suche nach einer Möglichkeit. Nun, hier kannst du viele Wege finden. Sogar eine nach Tschernobok. Im bösen und dunklen Gott. Welchen Besonderes suchst du? Das ist ein kleiner Ort. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter. Eine Möglichkeit zu ihr zu ihr gelangen ist im Osten. Und ich fahre nach Westen. Mein Name ist Tverdomia. Tverdomia. Mein Name ist Alessa. Warum kannst du so mächtiger Ritter nicht durch hier an den Wald kommen? Es ist so aus, als ob der Weg nach Westen frei ist. Geht nicht davon aus, dass diese Zweige und Bische mich aufhalten könnten. Wenn ich wollte, könnte ich den ganzen Wald ausreißen. Eine andere Truppe hat alles ausgehängt ins Wald abgeräumt und hat einen Tschernobox-Scheren gesehen. Hast du einen von Tschernobox-Scheren gesehen? Du meinst diese vermohnten Dämonen? Sie haben den ganzen Wald entfälligiert. Ganz genau. Es ist kaum zu glauben, aber sie waren da einmal Menschen, wie du oder ich. Aber sie entschieden sich Tschernobox zu verhehren und alles Folge davon verloren sie ihre menschliche Natur. Sie führten in diesem Wald dunkle Rituale durch, um ihren bösen Gott in unserer Welt anzuhoben. Die Ursprüsterin kontrolliert sie von ihrem Bruder hier aus. Aber es gibt ein Problem. Viele Straßen sind blockiert und ich kann sie nicht finden. Ich kann sie nicht aufhalten. Wie kann ich helfen sie zu beseitigen? Ich weiß es gibt drei Tschernobox Altäre im Wald. Wenn du sie alle zerstörst, würden die Straßen wieder gelaufen. Aber auch in der Nähe des Altäre werden Tschernobox Scheren unverwundbar. Und solange die Altäre inaktiv sind, werden sie von den Schneegern meistens schwer und nicht getroffen werden. Hm, vielleicht bin ich klein und schnell genug, um mich an ihnen vorbeizustellen. Das ist eine gefährliche Mission, aber wenn du Erfolg hast, kann ich zu Priesterin gelangen und Tschernobox aufhalten. Und du würdest den Weg in den Osten frei machen. Hm. Hm. So. Schon wieder ein neues Gesindel. Gut. Und unten gehts auch noch um. Ah ok, hier ist einer dieser Altäre. So, der Altar ist deaktiviert. Oh ja. Ah nein, nicht diese verbundenen. So. Altar Nummer 1 wurde gereinigt. Das klingt doch nach nahe. Das schreit doch geradezu danach. Mehr hier nochmal. Nochmal zu reden, zum Sonnengott oder was auch immer. Und dann nochmal zu speichern. Nein, nein, diese Session geht noch weiter. Bloß in diesem Spiel muss man andauernd speichern. Weil sonst vergisst man das. Vergisst man nicht so einfach diesen Fortschritt. Ja, ja. Da dachte ich ja mal beim ersten Mal. Ah, okay. Hör doch mal. Auf mit der Scheiße. Gibt's doch nicht. Der macht. Der macht mich ja wahnsinnig. So. Geht's. Nö, es geht nur hier weiter. So. Hier geht's nach oben. Was habt ihr denn gerade blockiert? Aber du bist doch frech. Wenn ich hier doch schon war. Ah. Jetzt verstehe ich. Die Verbindung wurde ge... Seid. Hier geht's. Hier geht's. solderaimer patronatчно. Die Aufwärter. Die Aufwärter. Beös. Das ist Eat. Bay. Das istもの mit 92. Dies gut zu rais. Es heut wird nichts. Vielen Dank.